Willkommen zum ersten deutschen Michael-Jackson-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum ersten deutschen Michael-Jackson-Podcast. Ich bin Kai und mir gegenüber sitzt Tim auf Skype. Moin! Und wir sind heute wieder mal in der Original-Besetzung, weil letztes Mal bin ich ja ausgefallen aus Gründen, die ich gar nicht mehr weiß jetzt gerade, muss ich gestehen. Ich glaube, achso, ich war ein bisschen krank. Genau. Ja, mir ging es kurz vor knapp irgendwie nicht so gut. Und dann ist Jonas für mich eingesprungen. Da nochmal Dankeschön an Jonas. Grüße. Und ja, heute haben wir was vorbereitet. Richtig. Auch wenn es irgendwie eine relativ freie Folge wahrscheinlich werden wird, aber haben wir tatsächlich. Genau. Wir machen heute, wir gucken uns heute mal ein bisschen auf Ebay um mit euch zusammen. Und es gibt aber heute auch noch eine kleine Überraschung und zwar eine Verlosung. Wir können es jetzt Verlosung nennen, wir können es auch Gewinnspielen nennen. Ich weiß nicht, wo der Unterschied liegt, ehrlich gesagt. Aber es gibt auf jeden Fall was zu gewinnen und zwar drei Teile, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob es unter Sammlerstück zählt. Aber eigentlich, ja, wir haben einmal das Buch Michael Jackson, das Phänomen. Aber von Jochen Eppmeier oder so, oder? Genau. Ja. Auswendig sogar. Dann haben wir ein... Bitte? Auswendig sogar. Das habe ich irgendwie abgespeichert. Ich habe das Buch selber, habe ich so gar zum Beispiel gar nicht. Aber den Namen habe ich so oft gelesen jetzt schon, dass ich das, glaube ich, einfach noch weiß. Dann haben wir zum zweiten die Seven-Inch-Single von Wannabe's Done Something in der holländischen Pressung. Genau. Und das dritte Teil, da hatte Tim die coole Idee, dass wir das einfach im Podcast irgendwie bei Ebay kaufen oder woanders, je nachdem, wo wir uns umgucken. Aber ich glaube, wir fokussieren uns schon heute so ein bisschen auf Ebay. Und das ist übrigens keine Werbefolge für Ebay. Aber Ebay könnte sich bei uns melden und dann würden wir das noch ein zweites Mal machen, damit wir richtig Knete kriegen. Würden wir das tun? Ich weiß nicht. Da gucken wir uns auf jeden Fall heute um. Und bevor wir das aber tun, muss ich, glaube ich, noch eine Sache aufklären, die ich vor ein paar Wochen mit dir diskutiert habe. Aber es ging um die Smooth Criminal Adventskalender Maxi-Single. Und da war ja unsere Diskussion, beziehungsweise, was heißt Diskussion, wir haben halt drüber gesprochen. Ich habe halt vorgeschlagen, oder was heißt, ja. Ihr seht, ich rede so ein bisschen mit einem heißen Brei herum. Und eigentlich kann man sich jetzt schon fast denken, was nämlich kommen wird. Ich habe die ersten zwei Türchen geöffnet. Nein, das habe ich nicht gemacht. Du bist so ein Arsch, ne? Ich habe es tatsächlich, ich habe es nicht gemacht und ich schäme mich fast dafür. Ich habe so auf die Kacke gehauen und habe irgendwie gesagt, ja, guck mal, das sind doch alles Gebrauchsgegenstände und das wäre doch eigentlich mal super. Aber ich habe es echt nicht übers Herz gebracht, wirklich nicht. Also ich habe dieses Ding in der Hand gehabt und dachte mir, komm, jetzt kommt der Dezember. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, es zu öffnen. Und ich hatte es in der Hand und ich konnte es wirklich nicht tun. Vor allen Dingen, weißt du, was der ausschlaggebende Punkt war, dass ich es nicht gemacht habe? Der Zustand? Nein. Okay. Das war nicht mal der Punkt. Der ausschlaggebende Punkt war Jonas, mit dem ich letzte Woche eine Folge gemacht habe. Das weiß Jonas nicht mal, das hört er jetzt auch zum ersten Mal. Weil er nämlich bei Instagram gepostet hat, seine Adventskalender-Single von Smooth Criminal, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Jonas schreibt mal drunter, ob das der Wahrheit entspricht. Aber ich glaube schon. Ich glaube, dass du das warst, der es gepostet hat. Und er hat nämlich von oben rein fotografiert. Und ich habe dann von oben die ersten Bilder gesehen und man konnte so ein bisschen, was konnte man nämlich doch erahnen. Und als ich das gesehen habe, war so ein bisschen dann dieses Geheimnis für mich halt gelüftet, was sich jetzt wirklich dahinter diesen Türchen verbirgt. Welche Art von Bildern und welche Szenen das vielleicht sind. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt weiß ich im Prinzip ja schon doch grob, was dahinter ist. Und das ist okay. Und deswegen habe ich sie nicht mehr geöffnet. Ja, dann danke an Jonas. Ja, nein, wirklich ganz im Ernst. Danke, Jonas. Das ist schon cool. Und ich finde das immer cool, dass er halt auch Teile seiner Sammlung postet. Finde ich immer sehr interessant und auch inspirierend. Aber das hat in diesem Fall wirklich dazu geführt, dass ich es nicht gemacht habe. Ja, ich glaube, das ist okay. Ich glaube auch ehrlich gesagt, hättest du das jetzt nicht erwähnt, vielleicht hätten es alle vergessen, man weiß es nicht. Also ich hatte das Ganze nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe da ehrlich gesagt, als wir eben im Vorgespräch, meintest du ja irgendwie, es ist ja Dezember und so, da ist mir erst mal aufgefallen. Ach, ja stimmt, es ist schon Dezember, weil ich bin noch voll im November drin, weil ich die letzten Tage einfach überhaupt nicht, ja, viel, also ich habe die letzten Tage nicht viel gemacht und so und war auch nicht so viel dann online und so und habe einfach das Datum nicht so im Blick gehabt und ja, ich dachte irgendwie, heute ist noch der 29. November oder so. Bist du denn im Weihnachtsfieber auch ein bisschen? Nee, absolut gar nicht. Ehrlich nicht? Nee, ich irgendwie, weiß ich nicht. Wir haben ja auch jetzt aufgrund von Corona unsere Feier zum Beispiel, die wir jetzt schon extra auf den sechsten wollten, haben wir das eigentlich dann schon gelegt. Wir wollten es irgendwie dann früher machen dieses Jahr und das ist jetzt auch abgesagt und irgendwie stattdessen eine Online-Skype-Massenkonversation irgendwie mit der Familie, aber ich weiß noch nicht, ob ich da mit dabei bin, weil ich da ehrlich gesagt nicht so große Lust drauf habe. Ähm, ja, deswegen, weiß ich nicht, das ist alles so ein bisschen kaputt gegangen dadurch. Äh, ja. Und du? Total, also ich, und das, das erstaunt mich so, weil ich tatsächlich in den letzten Jahren, also ich, ich bin generell, ich mag sowas ja gerne, ich bin ja so ein, ich bin ja so ein, so ein, so ein, so ein Disney-Weihnachts-Theme-Park-Mensch und ich, äh, ich zelebriere das ja alles extrem dann. Ähm, und, aber in den letzten Jahren war Weihnachten tatsächlich, also, ich, ich hab's immer gemocht, aber es war ein bisschen weniger von der Stimmung, sodass man dann irgendwie kurz vor Weihnachten stand und ich dachte, oh komm, jetzt muss ich noch ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen. Dieses Jahr bin ich irgendwie, weiß ich auch nicht, das, äh, trotz, trotz Corona läuft das irgendwie gerade ganz, ganz blendend und ich hab sogar schon gebacken. Ich hab noch nie so früh gebacken, ich hab wirklich gebacken und hab Plätzchen fertig und, äh, jetzt planen wir, so als Familie quasi, weil du gerade Familie sagtest, einen kleinen Weihnachtsmarkt einfach bei uns zu Hause im, im Garten und jeder macht einen Stand mit, ähm, mit dem, was er halt am liebsten isst und bietet es dann halt Preis und der Grill wird angeschmissen und das wird, glaube ich, ganz nett. Ähm, ja, also, ja, ich irgendwie schon, erstaunlicherweise, es wundert mich selber ein bisschen, dass das, dass das, dass das funktioniert hat so schnell und so gut, aber ja, bin ich. Hm, okay, äh, ja, also. Insofern passt das heute ganz gut. Ich glaube, ich hab noch nie gebacken. Nein, ich glaube, ich hab auch schon mal gebacken, aber, äh, ja, bei mir kommt das dann noch. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, vielleicht, wenn ein Weihnachtsfilm irgendwie, wenn ich einen Weihnachtsfilm gucke oder so, irgendwie so, aber, es ist aber auch gar nicht so wichtig, also, ich bin jetzt ja auch nicht enttäuscht, dass die Stimmung jetzt nicht da ist oder so, weil ich da nicht so viel mehr Wert drauf lege, also, als Kind hat man da einfach, war man da eher mehr gehypt und so und jetzt irgendwie nicht mehr so, ähm, genau. Was wolltest du sagen? Ach so, nee, es erinnerte mich nur daran, dass, äh, das, was du gerade sagtest, nee, bisher noch nicht so, äh, da müssten wir eigentlich noch mal eine Folge machen, Weihnachten auf Neverland, denn ich hab irgendwann, als ich das letzte Mal mit Jonas sprach über diese, äh, über diese Private Home Movies, da fällt mir jetzt geradezu ein, dass es da ja auch total, äh, lustige Szenen gibt zu Michaels Weihnachten, aber das würde ich jetzt wahrscheinlich gar nicht so ansprechen, vielleicht haben wir ja noch, ich weiß ja nicht, vielleicht haben wir noch eine Folge vorher und dann, dann wäre das ja vielleicht tatsächlich mal Thema, wie Weihnachten auf Neverland eigentlich war, das wissen das auch schon alle, dann ist egal, könnt ihr ja drunter schreiben, ob ihr das wollt. Genau, das wäre dann am 19. Das wäre dann am 19., das wird ja super passen. Genau. Ähm, ja, wollen wir zum Thema kommen? Ja. Und zwar, und zwar Ebay. Ähm, ja, ich weiß nicht, wir, wir sind ja recht offen, aber vielleicht hast du ja schon was, womit du anfangen willst. Naja, also ich hab tatsächlich, das war das, was ich, was ich dich vorhin auch gefragt hatte, es gibt ja immer so, ähm, es gibt bei mir zum Beispiel, ich hab so eine Suchliste und man kann sich ja bestimmte Dinge auf, auf Suche stellen, also gespeicherte Suchen stellen und ich nutze diese Funktion tatsächlich, allerdings habe ich deaktiviert, dass ich eine Benachrichtigung bekomme, wenn ein neuer Artikel dieser Art da ist, weil das alles so Dinge sind, die gar nicht so, so wahnsinnig wichtig sind, aber, äh, wo ich immer gerne informiert werde, wenn eben da was Neues passiert. Und da würde mich natürlich mal interessieren, was bei dir so drunter ist. Ich gebe mal so ein Beispiel, bei mir ist da zum Beispiel, jetzt muss ich mal ganz kurz doch über das Handy reingehen, ich merke hier gerade, dass bei meinem Desktop-Ding das, äh, komisch und schräg angezeigt wird. Also bei mir ist zum Beispiel, ich hab jetzt als letztes drauf gesetzt, Jackson's Triumph, weil ich immer noch nach gutem Schnäppchen suche, irgendwie diese, diese, diese LP zu haben, ich hab die halt noch nicht und, ähm, hätte die aber ganz gerne mal, weil es ja so auch so ein Basic-Ding ist und dann hab ich da so noch so diverse Dinge drauf, wo ich mir denke, ja, eigentlich brauch ich's nicht, zum Beispiel das Moonwalk-Buch hab ich jetzt hier schon zweimal stehen, aber das eine ist irgendwie halt, das hab ich halt gecuttet, weil das Autogramm da drin war und hab mir das teuer, teuer rahmen lassen irgendwie, wo ich denke, ja, hättest du mal als Buch behalten, aber ich, ich, ich fand's halt so ganz, ganz gut, also für mich gab das Sinn, das so zu tun und, ähm, eins hat einen Wasserschaden, also hätte ich nochmal gerne eins aus den 80ern wirklich so, ja, und so diverse andere Dinge, so ein paar Verkäufer, Bad ist ständig bei mir auf der Liste, falls mal irgendwie eine Länderpressung reinkommt, die ich noch nicht habe und die ich aber interessant finde oder haben möchte oder mal ein Schnäppchen dabei ist, wo ich sag, komm, die hunderttausendste niederländische Pressung mit einem anderen Aufkleber, wär doch auch mal schön, wieder hier stehen zu haben, ähm, also solche Sachen und dann halt so ein paar Singles und weil ich, ich glaub, das hatte ich dir auch erzählt, weil ich ja irgendwie gerne möchte, diese ganzen Collector-Sachen, die nehmen ja auch dann irgendwann tierisch Platz ein und so viel Platz hab ich gar nicht, hab ich ja überlegt, ob ich dann halt mich mal drauf versteife, wirklich mal alle Maxis und Singles einfach mal erstmal in einfache Ausfertigung wirklich komplett zu kriegen und deswegen hab ich die auch drauf gesetzt und dann gibt's ja immer so einen schönen blauen Punkt, wenn dann was Neues da ist und dann guck ich halt einmal am Tag da rein, manchmal auch zwei, dreimal, je nach Phase. Zur Zeit ist es mehr so, ich guck einmal am Tag vielleicht drauf oder es vergeht auch mal ein Tag, wo ich nicht gucke. Gibt's bei dir feste Suchen? Hast du sowas? Nee, ich, äh, wollte das schon länger machen, also so, dass ich Benachrichtigungen bekomme und so weiter, äh, hab ich aber irgendwie noch nicht gemacht, ähm, ich bin auch gar nicht so oft auf Ebay unterwegs, äh, und ich glaube, ich such da auch eher andere Sachen, weil, äh, das Ding ist so, nach bestimmten richtigen Sammlerartikeln such ich eigentlich nie so richtig, wenn ich was sehe, dann will ich das, meistens so, aber ich hab jetzt nie, also, nicht nie, aber sehr selten etwas, wo ich explizit nach suche. Das Einzige, wonach ich oft explizit suche, sind tatsächlich so Tapes, wo irgendwas drauf sein könnte an Konzerten oder, also da, das ist dann wirklich Material, was, was privat irgendwie Michael privat mal verschenkt hat oder was irgendwie, irgendwer irgendwo mitgeschnitten hat oder halt sowas. Aber wo findest du denn sowas? Das, das hab ich mich sowieso schon gefragt. Du hattest ja vor kurzem auch, das hab ich da wieder verpasst. Läuft das eigentlich noch? Nee, ne, diese, ähm, ah, dieses Fundraising, Mist, da wollte ich mitmachen. Nein, das läuft nicht mehr. Toll. Und, hat's geklappt denn wenigstens? Es hat nicht geklappt und das sind auch, aus traurigen Gründen hat's nicht geklappt. Für alle, die es jetzt nicht wissen, Kurzfassung, auf Ebay sind plötzlich zwei Kassetten, also Ton-Audio-Kassetten aufgetauft. Das eine von dem allerletzten Bad-Tour-Konzert in Los Angeles in professioneller Qualität und das andere von den Tourproben, der Bad-Tour 1988 in Pensacola. Und, ähm, die waren beide dort zum Verkauf für jeweils 2.500 Dollar. Und wir hatten unter einigen Fans quasi ausgemacht, okay, wir bieten irgendwie darauf und sammeln jetzt schon mal im Vorfeld Geld, damit wir das irgendwie alle zusammen bezahlen können. Ähm, blöderweise ist es dann so gewesen, dass eine Person dort mitgeboten hat, die zwar zu uns gehörte, aber nie, also sich nicht angekündigt hat, dass sie mitbietet. Und die Person hat den Preis so dermaßen in die Höhe getrieben, dass wir das nicht mehr zahlen konnten mit der Crowdfunding. Das war dann einmal das Los Angeles-Tape, das ging weg für 5.100 Euro. Wow. Das war uns zu teuer. Ähm, okay. Und das Pensacola-Tape ging weg für 8.100 Euro. Ähm, das ist allerdings in den Händen von jemandem, den ich kenne auch. Ähm, und es könnte sein, dass das irgendwann doch nochmal irgendwie für eine Crowdfunding zur Verfügung steht. Aber für den Preis halt nicht, weil wir haben ganz klar gesagt, unser Limit sind halt wirklich schon so 4.000, das hätte vielleicht geklappt, 4.500 vielleicht. Und das ging dann nicht. Äh, und die, vor allem weil wir ja gerade bei den Crowdfundings, die ich organisiere, sind die chinesischen Fans immer sehr stark, äh, diejenigen, die am meisten irgendwie dafür bezahlen. Und die haben ganz klar gesagt, 5.000 bezahlen wir nicht für, für ein Audio-Tape. Wenn das Video, wenn das irgendwie eine Videokassette oder ein Beta-Camp-Tape oder was auch immer, einfach Videomaterial gewesen wäre, hätten wir das gemacht. Aber das ist einfach zu viel Geld. Und das haben wir dem Verkäufer letztendlich auch geschrieben, äh, weil wir hatten ja das Los Angeles-Tape quasi, hatten wir ja für 5.100. Äh, aber das haben wir dann wieder zurückgegeben, weil das zu viel war einfach. Und so ist das Ganze leider nichts geworden. Und das Geld ist an alle zurückgegangen, äh, an alle, die mitgemacht haben. Genau. Und sowas suche ich halt auf Ebay oft. Und ich habe gehört, es gibt da sowas, das heißt irgendwie Search Agent oder so. Ähm, sowas sollte ich mir mal einrichten, dann sehe ich das auch sofort, wenn was da ist. Weil meistens erfahre ich das dann nur über Foren oder Facebook oder so. Okay, aber das ist, äh, das ist mega interessant, weil ich bin auf sowas tatsächlich noch nie gestoßen. Ich wüsste jetzt aber auch tatsächlich nicht wirklich, was man da eingibt. Also war das jetzt eine Audio, also war das einfach eine Kassette, wie man halt eine Kassette kennt? Oder war das, war das ein Band, äh, ein Tonband? Das war eine ganz normale Kassette. Ganz normale Kassette. Wie kommt es zu solchen Kassetten? Ich meine, das, die wurden doch, also, ich wundere mich deshalb, weil normalerweise, ich würde es behaupten, keine Ahnung, wenn, ähm, sowas aufgenommen wird, quasi zu, aus Archivgründen oder, ähm, um es halt nochmal nach einem Konzert zu hören, um es zu kontrollieren oder so. Oder halt auch einfach, um es zu haben als Künstler. Sowas finde ich ja dann auch cool. Ich meine, ne, wir sind, ich weiß nicht, doch, du bist, du bist auch aufgetreten. Ich bin früher, ich habe viele Auftritte auch gehabt mit, mit Bands unterschiedlichen. Und wir haben unsere Gigs auch meistens aufgenommen. Oder einige davon auf jeden Fall. Und, äh, dann auch auf Kassette, aber wenn man halt auf so einem Level ist wie Michael, dann nimmt man doch wahrscheinlich eher auf Dat auf oder auf irgendwie, keine Ahnung, was. Ja. Aber es sind original? Das ist so, naja, also das, das ist jemand, der Verkäufer, den Namen möchte ich nicht nennen, weil der ist mittlerweile auch bekannt. Der Verkäufer ist befreundet mit einem Sound-Ingenieur von der Bad Tour. Okay. Und der hat dem das irgendwie auf Kassette gepackt. Ah, okay. Konnex, ja. Und es ist, es ist halt sehr, sehr schade, weil, ähm, weil halt das letzte Konzert dieser Tour ist halt irgendwie was Besonderes, gerade weil bei der Bad Tour war es noch so, dass das letzte Konzert nochmal ein Highlight war. Und bei den Touren danach war es eher so, dass die letzten Konzerte echt langweilig waren, weil Michael schon völlig, völlig fertig war. Ähm, gerade die History Tour, wenn man sich das letzte Konzert anguckt von, ähm, wo war das? Durban, glaube ich, falls man das so ausspricht, ähm, da ist keine Energie mehr vorhanden. Und das war halt leider nochmal ein Highlight und das hat schon weh getan, dass das weg ist. Das ist auf jeden Fall eins der Konzerte, die ich am meisten irgendwie sehen und hören möchte. Ja. Ähm, ja, aber was soll man machen? So, man, also das ist zu viel Geld und wenn etwas nicht viel wert ist, dann sollte man das einfach gehen lassen, so. Ist halt meine Meinung. Ähm, und wenn wir gerade schon bei zu viel Geld sind, ich hab nämlich, ich war auch auf Ebay Kleinanzeigen unterwegs und hab so ein paar Sachen gefunden, wo ich mir dachte, ey, die sind unverschämt teuer und die möchte ich jetzt mal kurz durchgehen. Das sind auch nur fünf Stück. Auch da sagen wir natürlich keine Verkäufer aus datenschutzrechtlichen Gründen. Genau. Aber interessant auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt und, äh, ich hab hier nebenbei mein, äh, Messenger laufen, sodass Kai mir die Sachen schickt als Bild. Okay, ich seh schon. Ah, ja. Aha. Ich verstehe. Genau, und hier haben wir ein Michael Jackson Original-Ticket This Is It Tour 2009 London. Ja. Für den Preis von 290 Euro. Verhandlungsbasis. Verhandlungsbasis, aber der wird ja mindestens, also der wird nicht auf 250 runtergehen. Ja. Äh, weil so viel geht keiner runter, wenn da schon eine 90 steht. Ähm, und das, ich weiß nicht wieso, aber ich finde es zu teuer. Ja. Also ich finde, es ist nicht gerechtfertigt, weil es ist zum einen ein Konzert, was nicht stattfindet und was, wenn auch sowieso schon vorbei wäre. Ja. Äh, ich weiß, dass die Dinger Sammlerwert haben, aber für ein Ticket 290 Euro. Ja. Hast du nicht irgendwie so eine ganze Palette davon hängen? Nicht ganz, ja, nicht direkt, genau. Ich hab nicht eine Palette davon hängen, aber ich hab, ich hab, es gibt ja diese, äh, also das, das waren ja Lentikulartickets, ähm, also so Wackelbild-Tickets quasi. Und davon gab es Bögen, also so Postergröße A0, wo in der Mitte, jetzt muss ich mal ganz was umdrehen, das hängt hinter mir. Das sieht jetzt total cool aus bei mir, weil du hast so einen Hintergrund und für mich guckst du einfach nur gegen irgendeine Wand. Ach so, okay, alles klar. Ja, gut, ja, genau, ich hab diesen Weihnachtshintergrund, das war aber Zufall, der war noch vom letzten Mal. Ähm, genau, also das ist, das ist halt so ein, so ein Ticketbogen, wo die Tickets nicht auseinandergeschnitten wurden und da haben wir uns auch schon mal, glaube ich, drüber unterhalten, ob das überhaupt authentisch ist. Es ist authentisch, die wurden auch tatsächlich danach so verkauft. Ich glaube aber auch, dass das, weil Jonas das, glaube ich, letztes Mal fragte, warum dann überhaupt in der Mitte das da fett steht, hätte man noch gleich mehr Tickets drauf machen können. Ich glaube aber, dass das vielleicht auch so, so Collector-Bögen waren, die sie dann einfach wirklich auch so entweder hergestellt haben oder es war einfach so die Druckvorlage. Denn die haben an den Rändern auch so diese Druckmaschinen-Codes, Barcodes, dass der Cutter später genau sehen konnte, was da eigentlich los ist und wo man schneiden muss. Sowas habe ich, genau, aber dafür habe ich, ich habe zum Beispiel für diesen Bogen, habe ich, ich dachte, ich hätte so 50 Euro bezahlt, das stimmt aber wohl nicht. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich mal irgendwann gesagt habe, dass ich da irgendwie 80, 90 oder so für bezahlt habe und ich glaube, das war auch wirklich so. Und das war aber auch ein ganz regulärer, normaler Preis dafür und das war es mir auch wert. Also, und insofern sind diese 250 Euro, da gebe ich dir für euch recht, klar. 90, 290. Ich meine, wenn das jemand bezahlen möchte, dann soll er das tun. Ja, ja. Aber ich glaube auch nicht. Das sind so Dinge, die wird man dann wahrscheinlich nicht los. Da habe ich auch ein Beispiel. Dinge, die man nicht los wird. Aber das, das, das kann ich dir auch gleich sagen. Also, das weißt du auch, glaube ich schon, oder? Darf ich da überleiten, oder möchtest du noch was zu dem Ticket sagen? Ja, nee, erzähl mal. Okay, also ich habe, ich mache dann gleich weiter, aber erzähl mal. Ja, ja, cool. Also ich habe bei mir, ich muss ganz kurz gucken, ob es wirklich so erscheint bei Ebay, wenn ich es suche. Ich habe früher von meiner Patentante geschenkt bekommen, eine Michael Jackson, Michael Jackson Sporttasche in Neongelb. Du weißt, was jetzt kommt, oder? Ja, ich sehe sie schon. Michael Jackson Neongelbe Sporttasche. Mir, da ist, ich habe da was im Kopf auf jeden Fall, weil ich habe, glaube ich, ich habe die mal gesehen. Genau, ich schicke dir das mal. Und eigentlich ist das Ding gar nicht so schön. Das ist sogar eigentlich ziemlich kitschig, weil das Neon ist halt echt extrem. Warte mal, hier hast du es. So, gelegentlich hört man heute so ein Klickern bei uns. Ja, genau die, die habe ich gesehen. Ja, und ich hatte die früher und ich bin damit sogar zur Schule gelaufen immer und habe damit Sport gemacht. Also in der fünften Klasse oder in der sechsten, weiß ich nicht, ich glaube in der sechsten, habe ich damit Sport gemacht und meine Patentante hat mir die geschenkt. Und ich hätte die unfassbar gerne noch einmal als Tasche wirklich. Das ist auch ein offiziell lizenziertes Produkt wirklich, auch wenn sie hässlich ist. Die ist von Triumph International, also der offiziellen Merchfirma. Rock Express war damals in Deutschland die Firma, die das Ganze halt auch nochmal dann hergestellt und vertrieben hat. und die wird angeboten gerade für 499 Euro. Verdammte Axt. Und ich habe, und man kann aber auch einen Preisvorschlag senden, aber ich bin mittlerweile schon auf ignorieren. Also ich darf gar keine Preisvorschläge mehr senden, weil ich es mir, glaube ich mal, erdreistet habe, nicht mehr anzubieten als irgendwie, ich glaube 100 Euro. Und ich habe, das wäre es mir sogar wirklich wert. Ich habe gesagt, ich würde 100 Euro bieten und ich habe den Verkäufer auch angeschrieben und habe halt gesagt, okay, Folgendes, ich glaube wirklich, diese Tasche ist, und ich habe ihn angeschrieben vor irgendwie zwei Jahren oder so. Ich habe gesagt, diese Tasche ist zu teuer, ganz im Ernst, Hand aufs Herz. Die steht da jetzt schon seit zwei Jahren drin? Also auf jeden Fall ist die immer, immer wieder drin und auch immer, immer wieder die gleiche. Und ich habe, wie gesagt, ich habe geschrieben und gesagt, das ist echt zu teuer und, also mir ist es zu teuer. Ich kann ja nicht sagen, es ist zu teuer. Vielleicht gibt es ja wirklich jemanden, der die eines Tages mal kaufen wird. Der soll dann glücklich damit werden. Aber ich habe da geschrieben, ich hätte sie so gerne und folgender Grund, Patentante bliblablub und würde ich gerne haben. Mehr als 100 würde ich dafür echt nicht bezahlen. Und er hat dann gesagt, ja, tut mir leid, aber die ist halt wirklich super selten und du wirst sie auch bei Ebay nicht wiederfinden. Und er hat ja recht. Es ist schon so, man sieht sie bei Ebay nicht. Ich habe sie wirklich nur dieses eine Mal gesehen und trotzdem, das ist ähnlich wie mit den Tapes gerade, wo du gesagt hast, das ist mir einfach zu teuer, dann muss ich sie gehen lassen. Und genauso ist es mit der Tasche auch. Ich muss sie einfach gehen lassen. Es sei denn, ihr macht ein Crowdfunding und spendiert mir die Tasche. Nein, das ist ein Spaß. Das erwarte ich von niemandem. Und ich möchte das auch sogar gar nicht. Selbst wenn jemand jetzt auf die liebe Idee käme und sagen würde, hey, der Tim, der hat das doch mal verdient. Nein, hat er nicht. Ich möchte nicht, dass diese Tasche wirklich für 500 Euro verkauft wird. Das wäre, das würde ich nicht genießen können. Aber eine Frage und zwar, ich muss mich ja nämlich da nochmal kurz korrigieren. Ja. Zu den Tapes. Ich sage mal so, es ist zu viel Geld, aber auch nur, weil ich das Geld nicht habe. Ja. Wenn es jetzt so wäre, dass ich jetzt einfach mal hier diese 5000 Euro oder diese 8000 Euro hätte und sie ausgeben könnte und gar nicht merke, dass sie mir fehlen. Wenn ich da, wenn sie mir nicht fehlen, natürlich ist es mir dann das auch wert. Aber nicht, also wenn man sie auftreiben könnte. Weißt du, aber wenn man eigentlich nicht so viel Geld hat, aber das Geld auftreiben könnte, aber das irgendwie einfach eigentlich zu viel ist. Ja. Das ist es mir dann halt nicht wert. Klar, wenn ich jetzt einfach voll viel Geld hätte, so, ja, dann scheiß drauf. Das ist aber dann so eine, nimm mein Geld. Ja, das ist aber dann so eine Lady Gaga Dimension. Und weißt du, wenn du jetzt irgendwie echt da nicht drauf gucken musst und sagst, hey, ich finde Michael einfach immer schon toll und ich glaube, ich kaufe mir mal ein paar Kostüme von ihm. Ja. Also, das ist einfach eine andere Liga, aber, also ich verdiene jetzt nicht, nicht schlecht, aber ich verdiene jetzt auch nicht so, dass ich mir jetzt mal eben eine Sporttasche für 500 Euro kaufen würde. Mhm. Und das ist sie mir dann tatsächlich in dem Moment einfach dann auch nicht wert. Also, da gibt es einfach andere Dinge, die dann wirklich deutlich Priorität haben, die auch gar nichts mit Michael Jackson zu tun haben, sondern einfach mit, ja, Freizeit oder so. Keine Ahnung. Ja. Es ist einfach nur schade. Es ärgert mich so nicht, dass er sie für 500 Euro anbietet. Das soll er tun. Es ist alles wunderbar. Also, was heißt wunderbar? Für mich ist das nicht wunderbar. Aber vielleicht findet er ja wirklich irgendwann einen Käufer und der sagt, das, was du gerade gesagt hast, dem das halt egal ist und der sagt, ja, ich möchte die unbedingt haben und das ist der Preis, der es mir wert ist. Dann ist das halt so. Ja. Aber das fiel mir gerade so ein, als du diese Karte zeigst und die eigentlich auch überzogen ist vom Preis. Okay, ich habe hier noch was. Mhm. Das ist auch, ja, guck dir mal an. Ah ja, schick mal. Was haben wir da? Ah, jetzt kommt an. K2 HD, zwei CDs, Michael Jackson Dangerous, 25th Anniversary Edition Ra. 110 Euro. Was ist denn das für eine Edition? Ja, schon mal keine offizielle. Das ist nämlich dieses K2 HD. Ist aber ein krasser Bootleg, oder nicht? Das ist, das ist quasi schon, das klingt schon gut. Ich habe da auch eine Platte von, die Dangerous Platte habe ich, die quasi nochmal gemastert wurde. Ja. Das klingt auch geil, aber das ist halt trotz all dem nicht offiziell und gerade hier sieht man auch schön, dass Dangerous 25, aber irgendwie einfach mit dem Thriller Artwork und der 25 von Thriller. Stimmt, ich wollte gerade sagen. Passt doch überhaupt nicht. Ja, geil. Für 110 Euro. Krass, ja, ich dachte gerade wirklich, das ist die Special Edition, die ich hier auch habe. Die normal, äh, hier die Thriller 25, das Dangerous habe ich nicht mal realisiert. Ja. Krass, okay. Ja, 110 Euro, das ist halt Quatsch so. Das ist 10 Euro maximal, würde ich dafür bezahlen. Ja, lustig. Ja. Warte, ich gucke mal kurz, was hier noch ist. Oh ja, jetzt kommt auch wieder, oh. Okay. Ey. Ey. Das ist geil, du bist immer wütender. Au ja, super geil. Rarität, die original Michael Jackson Getränkedose Mystery, die kennt man natürlich von 98. Ja. 500 Euro, das ist die Gold-Edition. Jetzt muss man sagen, es gibt ja verschiedene Editionen. Eine von denen war teuer. War das die Gold? Kann sein, aber ich habe genau die und ich habe die für einen Zehner bekommen, voll und zu. Okay. Also, ich weiß, sie ist mehr wert als ein Zehner, da hatte ich Glück. 50 Euro oder so tun es da auch noch, ne? Aber. Suchen wir doch mal. Ich gebe mal ein Michael Jackson Mystery bei Ebay. Also, ich gucke jetzt mal parallel. Wir haben ja gesagt, wir machen auch so ein bisschen so eine Suchfolge. Ja, aber Tim, bis vor du das machst, ich kann das noch überbieten. Ich kann das noch überbieten. Okay. What's up? What's up? Schön. Warte mal, das ist jetzt lustig. Ach so. Warte mal, ist die Dose in ein... Oh. Okay. Alles klar, unopened, auch goldener Rand, Türkei, also eine türkische oder was, für... Komm, sag es selbst, darfst du. 2650 Euro. Hammer. Ja. Nehme ich. Näppchen. Ja, ich weiß nicht, also ich sehe, das ist die, die ich habe. Ja. Und die habe ich irgendwie für Zehner bekommen oder so. Okay, ungeöffnet. Das heißt, ich muss jetzt noch dazu eingeben, ungeöffnet, damit man mal so eine Relation hat, ob man die auch günstiger finden kann. Ich glaube, man findet sie nicht günstiger als 2000 Euro, oder wenn du mich fragst. Falls wir es jetzt noch nicht ganz genau erwähnt haben, es geht hier um den Mystery Drink. Mystery Drink. Ja. Doch, haben wir aber erwähnt. Mystery Drink. Ungeöffnet, sehr selten, mit Gold dran, sehr selten. Also ich sehe ihn hier schon mal für 149 auf jeden Fall schon mal, da kriegt man sie auch schon. Dann haben wir hier Mystery Drink Dose voll, sehr selten. 1 Euro ist aber noch 3 Tage, da kann man sie erst steigern. Da könnte man mal gucken. Ah, Mindestpreis nicht erreicht. Da wäre natürlich interessant, was der Mindestpreis dann sein wird. Das weiß man ja immer vorher nicht. Dann haben wir hier noch, okay, also wem es nicht so wichtig ist, dass die jetzt voll ist, hier gibt es die noch 35 Minuten und 43 Sekunden für 8 Euro und bisher 0 Gebote. Wäre das vielleicht etwas, was wir als dritten Preis dazu nehmen könnten. 5,99 Euro Standardversand, das wäre es mir wert. Die ist ungeöffnet? Nee, nee, die ist leer. Die ist leer. Bist du lieber auf leer? Das wird versandtechnisch halt scheiße. Ja, hier ist deine für 2.600. Nehmen wir doch die. Nein. Nehmen wir die, komm. Ist Weihnachten. Ist doch Weihnachten. Jeder ein Tausie drauf. Ja. Ein bisschen Versand. Komm. Ist Weihnachten, Kai. Wir haben doch hier eine große Ebay-Werbungsfolge gerade am Laufen. Genau. Für die kriegen wir doch 10.000 pro Kopf. Locker. Immer. Immer. Wenn nicht mehr. Ich kriege eigentlich mehr. Weil du älter bist, ne? Weil ich älter bin. Und größer. Ja. Genau. Ja, nee. Weiß ich nicht. Also sie wird ungeöffnet. Gibt es hier nochmal zum Beispiel für 800. Schon mal ein bisschen weniger. 900. Aber stimmt schon. Also richtig günstig. Jetzt wäre interessant, ob sie dafür auch wirklich verkauft wird. Ach, guck mal hier. Mystery Drink. Dose leer. Auf einmal von 1996. Ach so, leer. Okay, jetzt ist wieder leer. Ich habe ja voll gesucht. Ja. Hier ist noch einer. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir eine leere Dose verlosen sollten. Warum nicht? Weil sie leer ist. Und weil es versandtechnisch halt, glaube ich, schwer wird. Also Hector sagt zum Beispiel, also der mit dem französischen Kanal. Ja, ich weiß. Ich habe das Video gesehen. Hast gesehen. Der hat deine Dosen ja alle geöffnet jetzt, weil er gesagt hat, die können einem die Sammlung versauen. Wenn die dann doch mal irgendwie hochgehen sollten, dann ist doch scheißegal, ob die voll oder leer ist. Jetzt musst du wieder auf E setzen, weil ich das böse Wort gesagt habe. Ich würde das niemals tun. Ich würde die niemals kaputt machen. Nee. Ich habe das, weiß ich nicht. Ich habe meine Bad 25 Dosen. Was heißt denn die Sammlung versauen? Naja, wenn das Ding, also keine Ahnung. Du hast das irgendwo zwischen den anderen Sachen im Regal stehen. So, und jetzt hast du irgendwie, oder du hast das im Schub oder in einem Karton, weil du halt nicht alles ins Regal stellen kannst, weil halt nicht jeder so einen Keller hat, wo man das irgendwie alles unterbringen kann. Und dann geht dir das Ding, keine Ahnung, baut irgendwie Druck auf über die Jahre oder leckt. Und dann geht das auf einmal ab. Und überall hast du dann diese Cola-Suppsche und hast damit deine anderen Sammlerstücke quasi voll, wenn du Pech hast. Okay, das wäre bei mir egal, weil ich habe meine, die Dose, die habe ich nicht mal irgendwo stehen. Die habe ich immer weggepackt und zusätzlich noch in einem eigenen, quasi in einer eigenen Plastiktüte. Okay, dann bist du quasi damit gesichert. Ich habe das nicht. Bei mir sind die ungesichert in einem Schub und zum Teil halt auch so, dass ich sie halt sehen kann. Und wenn ich die dann dazwischen hätte, ich habe mir das ja so thematisch aufgebaut hier für mich, so Bädecke quasi. Und dann wäre das blöd, weil daneben wirklich dann auch Dinge stehen, die echt Geld kosten zum Teil. Ja, ich sehe hier gerade, ich sehe hier auch gerade noch, noch was, ist zwar auch leer, aber eine Pepsi Drink Victory Tour. Ja. Dose von 1984 für 9,99 Euro zu Sport kaufen. Die habe ich auch. Die mag ich voll gerne. Ich würde sie auch gerne selber kaufen, aber mache ich jetzt nicht. Ich habe auch den Becher dazu. Wobei, es kostet 8 Euro Versand. Fick doch mal. Das ist aus deinem Link quasi. Aus meinem Link, genau. Warte mal. Ja, die hat sowieso immer super Sachen. Das ist eine klasse Verkäuferin. Wenn ich bis, ah, da, okay, sehe ich, ja, Michael Jackson, genau, richtig. Aber 8 Euro Versand? Ja, ist aber, also, kommt ja erstens auch, ist ja nicht aus Deutschland versendet. Insofern kommt da noch ein bisschen was drauf. Aber, ähm, ist auf jeden Fall eine schöne Dose. Mir gefällt die aus dem Gut. Ich habe dazu auch den Pappbecher. Ich habe den, da gibt es einen Becher, der sieht genau, also der hat das gleiche Bild quasi drauf wie die Dose. Die Dose ist halt, also nicht wirklich signiert, aber da sind aufgedruckte Signaturen der Jacksons drauf. Und, äh, ist halt ein bisschen größer im Prinzip, so wie der Bad-Tour-Becher. Das wäre auch möglich. Das wäre auch möglich. Ja. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt eigentlich. Und darunter ist dann nochmal, das mag ich auch immer ganz gerne, diese, diese Michael Jackson, äh, California Raisin-Promo-Figur. Die habe ich auch. Das habe ich früher sogar irgendwie mitbekommen. Das war in der Bravo. Da, äh, wurde das mal irgendwann verlost einmal. Wie so Rosine, die eigentlich auch echt nicht schön ist, aber die ist, ist natürlich auch ein schönes Sammlerstück einfach. Das muss man sagen, weil man die auch nicht ständig bei Ebay Deutschland zum Beispiel sieht, sondern, ähm, die immer mal so da ist. Das wäre es mir auch wert. Und die würde ich sogar auch verlosen, wenn das... Es ist schwierig. Es ist schwierig, ja. Schwierig. Wir können leider, wir können jetzt leider kein Voting machen, weil wir nicht live sind. Und ich kann ja mal gucken, was hier noch so gibt. Also was ich zum Beispiel auch ganz schön finde oder ganz interessant finde, da war ich immer ganz kurz davor, mir das zu kaufen. Es gibt so ein, es gibt so ein USA, ähm, also aus den USA gibt es so ein, gibt es so ein Gürtel, so ein Stretch-Elastik-Gürtel, das klingt auch total abgefahren, ähm, mit so einem, mit so einer Plakette vorne dran. Und, äh, das ist so klassisches Merchandise, glaube ich, von 1984. Ich warte immer noch darauf, dass die Ultimate Collector Books von Hector aus Frankreich, dass sie diese Zeit beleuchten. Da sind solche Dinge, glaube ich, dann auch dabei. Sowas finde ich auch ganz cool, weil das auch so Dinge sind, die, die man nicht so oft sieht. Ja. Denn wenn wir bei Ebay Deutschland gucken, kommen wir jetzt mal ganz ehrlich, was sieht man da? Ich, ich gebe mal einfach als Startbegriff Michael Jackson, einfach nur Michael Jackson ein. Was kommt dann? Da kommen dann meistens so die, die absoluten, also es kommt immer das, das, was man halt kennt. Es kommen natürlich erstmal haufenweise die ganzen CDs und auch natürlich Standard-CDs, ist ja klar. Wer natürlich noch nicht sammelt, der wird dann natürlich fündig und findet auch schöne Dinge, die so ganz gut sind. Oh, hier sehe ich gerade etwas, das muss ich mir wahrscheinlich mal eben ganz kurz, ach nee, ist auch zum Bieten, schade. Okay, sage ich jetzt nicht, was das ist. Das wollte ich jetzt auch mal da haben. Ähm, aber, ja, ganz genau, es kommen halt einfach mega viele CDs. Und dann zwischen kommt dann mal irgendwas, eigentlich muss man ziemlich gezielt suchen. Ich gebe als Suchbegriff, gebe ich meist, also gebe ich oft sowas ein wie, äh, Tour Souvenir noch dazu oder Ra kann man versuchen, aber jeder Verkäufer schreibt zu seinem Artikel mittlerweile Ra, obwohl es gar nicht Ra ist. Insofern ist das ziemlich egal. Ja. Ähm, ja. Aber ich gebe sowas wie... Thriller, Vinyl, 12-Inch, Holland-Pressung, Ra. Ja, genau richtig. Die du halt auf jedem Flohmarkt für 6 Euro kriegst. Du hast gesehen, dass der Verkäufer hier mehrere Seiten hat, ne? Ja, da ist zum Beispiel auch das... Hab mir alles angeguckt, ist alles nix Besonderes. Findste, aber, ja, okay, aber sind schöne Dinge. Zum Beispiel auch das Jacksons Destiny Tour USA Programm von 1979. Okay. Auf Seite 2, auch interessant. Worüber reden wir gerade? Ich weiß nicht, worüber redest du denn gerade? Über die 10.000 Euro, über das 10.000-Euro-Ding? Nee. Achso, ich hab dir nämlich noch ein Bild, ich hab dir noch ein Bild geschickt. Achso, das schau ich jetzt erst. Ja, ja. Wow. Warte mal, aber das sind jetzt elf. Das ist natürlich jetzt... Ja, wie gesagt, ich hab alles mir durchgeguckt, da ist nix Besonderes dabei. Also das ist nicht 10.000 Euro wert. Okay, da muss ich aber trotzdem sagen, was das jetzt ist. Das ist ein Michael-Jackson-Fan-Paket mit Büchern und T-Shirts. Und das, was ich sehe, sind drei Black-and-White-Magazine und eine Stern-Ausgabe von 2009. Und was ist noch so dabei? Für 10.000 Euro? Ganz normale Dinge, ich hab's jetzt nicht im Kopf, weil ich die Screenshots ja schon am 25.11. schon gespeichert habe. Aber bleibt es auf dem Level? Es bleibt auf dem Level. Okay. Also es geht, wenn dann, nur noch ein bisschen runter vom Level. 10.000 Euro. 10.000, ja, manche Leute haben irgendwie zu krasse Vorstellungen davon, weil Michael Jackson draufsteht, dass es dann irgendwie nochmal mehr wert ist, was nicht immer stimmt. Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht. So, ich komme mal wieder ganz kurz zurück zu dieser ganzen Suchgeschichte. Was haben wir also bisher, was wir nehmen wollten? Oh, da ist auch wieder diese superschöne Laserdisc Moonwalker. Aber die ist zu teuer, die verlose ich nicht. Die kaufe ich mir höchstens mal selber irgendwann. Oh, ich sehe sie auch gerade. Ich glaube, ich kaufe sie mir schon. Wieso? Damit du sie nicht kriegst. Oh, wie böse. Nein. Nein, mach ich nicht. Nein, du dürftest das. Also wenn du jetzt sagst, du möchtest dir die kaufen. Ich will sie, aber ich habe jetzt nicht so gerade Geld. Nee, aber es ist schön. Mag ich gerne. Gefällt mir gut. Und dann habe ich hier, das habe ich auch hier unten, diesen School Folder. Das ist wahrscheinlich jetzt mega langweilig zuzuhören, ne? Wenn man einfach nur erzählt, was man gerade sieht. Da müsst ihr jetzt durch. Dafür wird es gleich wieder spannend, weil wir jetzt ja gleich auch dahin zurückkommen und gucken, was wir dann für euch letztendlich erwerben. Denn darum geht es jetzt hier gerade. Ich suche hier auch schon ein bisschen nebenbei. Was war eigentlich das Teuerste, was du dir gekauft hast? Das Teuerste, was ich mir gekauft habe, ich glaube, in Relation gesetzt war, ich muss echt überlegen, das war, ich glaube wirklich, dass das die Panini-Sammelkarten waren. Also ich habe drei Panini-Sammelkarten mit diesen Kleidungsstückchen drin, die rausgekommen sind. Und die habe ich einzeln gekauft. Die habe ich nicht im Set gekauft, sondern einzeln. Und die waren tatsächlich bei mir das Teuerste. Wobei, nee, kann man nicht sagen. Ich glaube, der Bad-Koffer zu Bad 25 war auch nicht billig. Nee, der war nicht billig. Ich weiß aber nicht, was der gekostet hat. Ich glaube, das war dann das Teuerste. Und der geht ja heute irgendwie gut weg, ne? Immer noch, der Koffer. Ja. Ich habe keine Ahnung, habe ich nicht mehr gesehen. 700 Euro habe ich den gesehen. Was? Das ist aber auch zu viel. Weiß ich nicht. Und dann gibt es ja auch noch eine Sache, die will ich mir schon ewig, will ich die haben. Ja. Und zwar ist das mindestens eine der Hot Toys-Figuren. Äh, die vor ein paar Jahren rausgekommen sind. Ja. Die sehen so geil aus. Super geil, ne? Genau, ich wollte halt entweder die Bad oder die, ähm, Dirty Diana. Mhm. Ähm, und da habe ich auch geguckt. Auch die kriegst du, die gehen weg von 300 bis 800 Euro. Die Bad ist aber gleichzeitig auch, glaube ich, die Dirty Diana, oder? Ist das nicht, ist das nicht auswechselbar? Ja, du kannst sie im Kleiden, glaube ich, ne? Weiß ich nicht genau. Aber du kannst bestimmte Teile austauschen. Bin mir nicht sicher, ob das nicht dasselbe Set sogar ist. Ja. Auf jeden Fall ist die Hammer. Die ist, ja, also die, das ist genau die, die ich halt gerne hätte. Ja. Ich auch. Die ist nur leider unbezahlbar. Das stimmt. Muss man so sagen. Das ist richtig. Viel zu teuer. Ah, die sind coole Sachen. Guck mal, hier ist auch dieses von HBO One Night Only. Das war ja, ähm... Plakat? Nee, nicht Plakat, von 1995, das ist ein Dogtag, so eine kleine Kette, die du, ähm, die du da irgendwie hattest. Das sind alles so, das sind auch alles Originale, die hier tatsächlich verkauft werden. Also wirklich ganz, ganz schöne, schöne Dinge. Ja. Aber die können wahrscheinlich ewig jetzt hier durchgucken. Ich hab mich schon entschieden. Okay, was? Also ich, ah, dann muss ich selber haben. So geht das nicht. Ja. Ich muss jetzt mal nicht an mich denken. Das ist schwer. Ja. Ich bin sehr egozentriert. Ja. Äh, hast du gerade Ja gesagt? Ja. Sollte jetzt ein Scherz sein? Das war ein Scherz. Ähm, okay, pass auf. Ich sag mal, oder ich nehm diese Michael Jackson, äh, Figur halt. Aber da müsstest du natürlich, du hast jetzt immer so flache Sachen, ne? Du müsstest dann ein Päckchen quasi machen oder einen größeren Briefumschlag. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob diese Figur, meinst du die Raisins? Ja. Ich weiß nicht, ob da das Interesse so groß ist. Ich glaube halt, da es sich, da es sich um so ein Werbespot handelt, ähm, und ich glaube viele, gerade in der jüngeren Zielgruppe, kennen das gar nicht. Ja, aber da, aber da muss man sich schlau machen, finde ich, weil das ist tatsächlich was, da war Michael auch selber eingebunden. Der hat auch wirklich dafür, ähm, Stimme eingesprochen und der hat, der hat halt, ähm, dafür Probeaufnahmen gemacht für seine Mimik und sowas. Ähm, also, das war wirklich ein Projekt, wo er halt auch wirklich mit dabei war und das war nicht einfach irgendeine Werbung, irgendein Commercial, wo, äh, die einfach gemacht haben, sondern das fand er selber auch lustig und deswegen. Das ist alles zu sehen in der Bad 25 Dokumentation von Spike Lee, wen es interessiert. Genau, richtig. Äh, ja gut, dann machen wir das. Echt wahr? Ja, äh, wir nehmen die California Raisins. Cool. Ähm, und genau, also haben wir, um es nochmal zusammenzufassen, wir haben einmal das Buch Michael Jackson, das Phänomen von Jochen Ebermeyer oder so. Dann haben wir noch die Wannabe Startin' Something 7-Inch Single, äh, die holländische Pressung und einmal die California Raisins Figur, die jetzt, wie groß ungefähr ist, weiß ich noch nicht. Zehn Zentimeter hoch ist die. Die zehn Zentimeter hoch ist. Genau. Das heißt, die kaufen wir jetzt, äh, die kaufen wir jetzt direkt, äh, im Podcast. Ja, ich drück jetzt auf sofort kaufen. Ich kann die sogar jetzt bezahlen. Ja. Ähm, ja, dann haben wir jetzt auf jeden Fall alles zusammen, was wir brauchen für unser Gewinnspiel. Ja. Boah, ist voll schwer, die Sachen dann auch, äh, so wirklich wegzuschicken. Und ich behalte das selber. Und ich schick dann irgendwas anderes. So, hab ich gekauft. Ja, cool. Dann haben wir jetzt, äh, unsere Gewinnspielartikel zusammen. Aber ich freu mich, dass es jetzt die California Raisins Figur wirklich geworden ist, weil ich die auch wirklich bei mir aufgestellt habe. Und, ähm, ja, ihr euch einfach mal anschauen müsst, diesen Werbespot oder auch mal googeln müsst, dann Michael Jackson, California Raisins. Und dann kommt man auf diesen Werbespot. Und, ähm, ähm, eine ganz komische Zusammenarbeit, finde ich, irgendwie zwischen Michael Jackson und dieser Rosinenfirma. Aber hat, wie gesagt, auch seine ganz eigene Geschichte. Und deswegen, finde ich, ist das ein Sammlerstück, was ich, was ich gerne, äh, gerade, oder was wir gerne gerade für euch rausgesucht haben. Ähm, ja. Auf jeden Fall könnt ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen auf Facebook und Instagram. Zum einen könnt ihr uns auf Facebook finden unter MJJ Reviews und auf Instagram unter at der MJ Podcast. Und ihr müsst uns nicht unbedingt folgen, das könnt ihr gerne tun. Das ist aber keine Voraussetzung für das Gewinnspiel. Ähm, allerdings wäre es schön, wenn ihr zwei Freunde verlinkt in den Kommentaren. Da wird dann ein Post sein zu dem Gewinnspiel natürlich. Darunter könnt ihr dann zwei Freunde verlinken und uns mal beantworten, was, äh, euer teuerstes Sammlerstück ist. Richtig? Richtig. Ist es Voraussetzung, dass man Freunde verlinkt, um zu gewinnen? Würde ich, würde ich schon sagen. Okay. Genau, die Auflösung findet dann statt am 19. Dezember. Äh, das heißt, zwei Wochen ist jetzt Zeit. Und, ähm, das kann ich jetzt an der Stelle auch verkünden, das haben wir nämlich noch nie erwähnt, dass am 19.12. dann auch die letzte Folge von, äh, unserem Podcast erscheint. Ja, für immer. Äh, also für dieses Jahr. Okay, gut. Das, ja, hab ich vergessen jetzt zu erwähnen. Also, genau. Und die nächste Folge kommt dann wieder. Oh, mein Mikro fällt um. Es geht alles schief. Warte kurz, ich muss Passwort eingeben, das ist ein bisschen länger. Sehr schön. Und die nächste Folge nach Neujahr wird dann sein am 9.1.2021. Das stimmt. Und eigentlich, was ich richtig schade finde, ist ja, das war ja perfekt so getimt, dass die letzte Folge für dieses Jahr Folge 15 gewesen wäre. Und jetzt wird's halt Folge 14, weil wir jetzt letztes Mal ausfallen lassen haben. Und das, das triggert mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass die Zahl 14, die passt mir überhaupt nicht in Kram. Weil das ist ja quasi dann so die erste Staffel und die, also eine 15 wäre schon schöner gewesen. Aber es wird dann halt die 14. Folge, äh, genau. Und das Gewinnspiel wird dann auch in der letzten Folge am 19.12. aufgelöst. Und zwar im Podcast. Und das kann man dann aber separat nochmal auf Instagram und Facebook sehen. Und genau, soweit danke an alle Zuhörer. Und wir hoffen, ihr seid noch am Start. Denn eine Woche, ähm, nichts machen ist ja schon gefährlich heutzutage, wenn man so im Internet aktiv ist. Nein. Aber, ähm, ich sag mal, so hätten wir jetzt drei Monate nichts gemacht, dann wäre tatsächlich, glaube ich, schwierig. Ähm, aber ich meine, okay, wir sind ja eh noch am Wachsen, hoffentlich. Und, ja, von daher, ich würde sagen, ähm, ich, ich lasse dir nochmal die letzten Sätze, ne, weil ich bin immer so schnell und sage immer Tschüss und dann... Kein Problem. ...vergesse ich dich komplett. Mach doch gar nichts. Tschüss. Äh, von mir auch Tschüss an alle und, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.